Hi Freunde! Willkommen zurück in Borderlands 2! Mit mir, dem kleinen Killerzwerg und... ...mir, Legacy 015. Wir sind in... wo sind wir eigentlich? Was stand da gerade auf dem Ladebildschirm? ...Freehorns Valley. Und wir müssen jetzt zum Tor und Huppen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich die Huppe finde. Ich glaube, Y war das. Ah, okay. Huppt wie so ein... also... also LKW. Warte, vielleicht geht das. Nö. Ne, geht wirklich nicht. Ach, schon wieder Munition. Ich komm mal raus. Oh, du, du, alte Zau, du. Oh, Mann. Dummdi, dumm. Danke. So. Oh. Ja, komm schon. Hm. Werde stehen. Oh-oh. Oh-oh. Kommt ein Boss? Ich glaub ja. Oh-oh. Ach der da. Guck mal vorne aufs Zeitschild drauf. Oh-oh. Ach der da, ein Mensch Kleben! Haha, mehr Wett. Haha, mehr Wett. Haha, mehr Wett. Haha, mehr Wett. Und seine fröhlichen Zwerge. Hehehe Oioioi, der hat er ordentlich zu Oh oh, gleich tot, gleich tot! Doch, der hat mich noch erwischt Hast du gehört? Ja, ich komm Ok, hast du Oh, wieder kein Verziehen Au, hat wehgetan Also, ich bin in der Suckersee, verdammt So, jetzt brennt er wenigstens schonmal Boah, ist der schnell Hehehe Wo will der denn hin? Willst nicht wieder sterben? Oh man Und wieder kein Emotion mehr Danke Ich hab ne Granate geworfen Eiiiijieie Was hat der von Flammenwerfen überhaupt gehabt? Schülch Oh, das lädt ab schnell auf So, infiltriere Blutshot Stronghold Lasst die Zugbrücke herunter Das haben wir natürlich noch nicht gemacht Raucho? Hm? Na, da liegt noch ein Granatenmot unter dem Ja gut, den brauche ich glaube ich nicht. So. Egal. Äh. Weiß ich nicht. 406 habe ich gerade. Ja, ich finde, dass schneller laden besser ist. Außer jetzt gerade, wo ich die ganze Zeit abkratze. Ja, gute Idee. Wechsel ich einfach mal. Ja. Ja, das macht mal so. Ah, das grüne Ding da. Ah. Hier, hier ist das groß. Ich konnte wieder in den Dungeon, wie es aussieht. Boah, ich hätte echt gedacht, das zerquetscht mich wieder. Und wieder saßt du am Hebel. Blattschutz, Stronghold. Oh nö, etwas. Oh. Das fies? Mhm. Ich hab's gehascht. Sehr gut. Roland muss hier irgendwo sein. Ich hab's das ganz bestimmt. Aber wenn Roland etwas zustößt, dann... Sieh zu, dass Roland nichts passiert. Behehre mich bald wieder. Der war Roland nochmal. Roland, kennen wir den? Von... Erste Teil... Der... Große... Muskelputz da. Ach so. Ach so, den man gespielt hat. Ja. Spielen konnte. Da gibt's was für dich drinne. Abklingzeit plus 9% und Nahkampfschaden plus 18%. Das wird nicht kommen können. Wo genau? Beim Medizinschrank. Ah, dann bin ich gerade am falschen Ding. Wer verpflichtet dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin? Abklingzeit... Abklingzeit... Ach, diese Roboter-Klassen-Mod. Abklingzeit für den Roboter, ne? Ist doch geil. Ja. Plus 9%. Das sollte ja eigentlich minus 9% heißen, aber... Naja. Voll. Voll, das lege ich sogar an. Kann ich... Kann ich den Roboter häufiger rufen? Ja. Wo bist du gerade? Auf der anderen Seite. Da kommt noch mit einer. Da kommt noch mit einer. So. So. Au, was war das denn? Der Schiff. Weil, falls du ne Sniper brauchst... Ne, ne Sniper brauch ich nicht. Sniper ist nix von mir. Äh. Das ist allf, Hyperion. Ich verlange nicht viel für Roland. Eine Million Kräten. Hallo? Ist das Ding an? Du kümmerst dich um die Bloodshots? Sie haben versucht Roland zu erledigen, seit er sie aus St. Jerry vertrieben hat. Ach, ich hätt's wissen müssen. Ach. Ich hätt's wissen müssen. Ach so. Oh, oh. Komm, stirb. Au. Lass, lass, lass. Lass, lass, lass. Wie die ihm auch schreien. Zeig mir Roboter-Action! So. Okay. Mein Gott. Vorsicht hinter uns. Nomade. DT. Hm? E.T. Ö. DT. Ja, ach ja. DT. Genau. E.T. E.T custom war wer anderes. Oh Badass Nomade? Aber es ist nicht zu fach! Hast du gesehen, wie ich das immer mache? Einfach mal ein Geschütz hindern, weil hinten hat er ja kein Ding da. Stimmt, der ist ganz praktisch. So, lass mal kurz Leben ein bisschen auftanken. Obwohl, das dauert mir ein bisschen. Hast du deine Badass-Frank-Dinger schon gemacht? Guck mal. Ja, habe ich. Dann mache ich auch kurz. Ich habe zwei. Hm. Boah, ich... Ich bin nur hier hochgeklettert. Das war das Stöhnen der Erschöpfung. Das Stöhnen der Geilheit. So, kleinwüchse, kleinwüchse Soldatin. Wenn du an so einer Munitions-Truhe stehst, wenn du dann länger eh drückst, dann nimmst du alles auf einmal auf. Na ja, stimmt. Beeil dich! Beeil dich! Genau, los! Los, TT! So, Death-Trap macht das schon. Mit unserer Unterstützung. Hm. Oh. Da. Okay, mir ist keine Emotionen und mehr. Ha. Aber schön in Action reicht das Spiel, auf jeden Fall. Ja. Oh, fuck! Oh! 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 gut leben ist auch wieder voll ich öffne mal während des Kampfes hier so ein paar Waschmaschinen ah ich versammle ja auch gerade alles möglich was haben wir denn hier nimm es einfach mit wenn du es nicht brauchst nimm ich einfach mal mit deine Verbindung zum Steam Server wurde unterbrochen Hallo hat er trotzdem aufgenommen? also aufnehmen tut es noch aber Verbindung wurde unterbrochen jetzt deine oder zum Steam Server ja deine oder meine war von beiden von beiden offenbar ich bin jetzt zurzeit nicht mehr da ich bin jetzt zurzeit nicht mehr da bist du noch im Spiel? ja okay äh dann versuch mich nochmal einzuladen äh da da müsste ich ja eigentlich direkt bei dir auftauchen ne ja glaube ich zumindest da muss ich mich erstmal bei Steam neu einloggen ähm geht nichts probieren wir es einfach machen vielleicht klappt es ja wenn ihr eine Chance gegen sie haben wollt wenn ihr eine Chance gegen sie haben wollt werdet ihr euer Arse dann kann ich ja noch ein paar Kästen plündern Verbindung mit Host nicht möglich aus meinem Laden ausrüsten kauft bei mir ein ist grad nicht möglich wieso denn das? würd sagen wir machen erstmal ne Aufnahme stopp dann versuche ich das Problem mal hier auf meiner Seite zu lösen vielleicht liegt es auch in mir aber wieso ich bin doch aus dem Spiel geflogen du warst doch drin oder? ja aber ich bin ja und wenn bei mir Verbindung abbricht dann achso ja gut das kann sein wir soll okay bist du denn wieder drin mittlerweile oder? ich bin immer noch drin komisch dann würd ich sagen wir machen erstmal ne Aufnahmestopp bis wir beide wieder im Spiel sind ja ja Leute dann würd ich sagen bis wir beide wieder im Spiel sind bis zum nächsten Teil von Borderlands 2 mit Killerzwerg und Legacy 015 ja und hoffen wir dass es bald weiter geht bis dahin Leute ciao 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 ciao